Hallo Welt, hier ist Dormos von MagicBlogs.de und ich bin nicht allein hier, denn ich habe den Sebastian dabei. Hi! Hi, Servus miteinander! Und heute gibt es einen richtig coolen Anlass, denn wir haben von Wizards of the Coast Preview-Karten zu Modern Horizons 3 bekommen, die ihr noch nicht woanders gesehen habt. Exklusive Vorschau-Karten. Vielen Dank an Wizards of the Coast. Ihr könnt euch schon mal merken, wir haben drei Preview-Karten, also dranbleiben bis zum Ende. Generell, Modern Horizons 3 ist jetzt ja die dritte Iteration von Modern Horizons und druckt Karten direkt ins Modern-Format rein. Und es gibt natürlich auch wieder einen eigenen New-to-Modern-Slot. Auch dafür haben wir übrigens eine Vorschau-Karte. Die kommt als letztes. Unbedingt dranbleiben bis zum Ende. Und etwas ungewöhnlich, diesmal gibt es auch Commander-Decks. Also wer das braucht, Commander-Decks zum Kaufen, auch in Vollvariante, gönnt euch. Ab 7. Juni sind die Pre-Releases und eine Woche später ist der offizielle Release. Aber neuerdings gilt ja, die Produkte sind zum Pre-Release zu erwerben und auch ab dann schon Constructed legal. Also auf jeden Fall aufpassen. Und nicht vergessen, wir haben im Juli die MagicCon Amsterdam, wo wir auch sind, mit der Pro-Tour. Und es ist gleichzeitig die Modern Horizons 3 Pro-Tour. Da sehen wir alle Karten und ich glaube, wir sehen mindestens eine unserer Preview-Karten auch in Action. Nicht im Limited, Freunde, sondern im Modern, im Constructed. Da hätte ich Bock. Und jetzt noch ein kleiner Hinweis an euch. 80% der Leute, die solche Videos schauen, sind hier nicht subscribed. Das kann doch nicht die Lösung sein, Freunde, oder? Also klick, klick, abonnieren, Glöckchen an, dann verpasst ihr kein Video mehr hier bei magicblogs.de. Dann würde ich sagen, geh mal rein, starten wir mit der ersten Karte und ich lese euch gleich die erste Karte vor. Es ist ein Fahrzeug, ein Vehikel und die Karte nennt sich Schreck-Mobil. Das ist ein Artefakt, ein Vehikel mit Bedrohlich. Es kostet 2 Colorless-Mana und ein Schwarzes-Mana und ist ein 3-3. Es hat Bemannen 1, das heißt, ihr könnt eine Kreatur mit Stärke 1 oder mehr tappen, um es zu bemannen und eine Kreatur draus zu machen. Und es hat zusätzlich zu bedrohlich noch die Fähigkeit für ein Mana, Opferen-Artefakt oder eine Kreatur. Lege eine Plus-1-Plus-1-Marke auf das Schreck-Mobil. Schreck-Mobil, Entschuldigung. Schreck-Mobil. Super coole Karte, glaube ich, im Limited. Ist jetzt nicht mega stark gepreist von Power zu Mana-Kosten, aber bisher war es immer so, dass Rakdos klassischerweise solche Sacrifice-Themen hatte. Ein Vehikel, das nur dann eine Kreatur ist, wenn der Gegner ausgezappt ist, das wachsen kann, finde ich, glaube ich, schon ganz stark. Ich bin gespannt, wie gut, vor allem in diesem High-Power-Limited-Format, sich das hier beweisen kann. Aber ich denke, die Karte kann man auf jeden Fall in sein Deck packen. Was denkst du? Ja, ich denke schon, es wird so ein Roleplayer sein, den man manchmal haben will. Wichtige Idee vielleicht noch. Alles, was so Pazifismus-Effekte sind oder so Klaustrophobie-Auren. Die werden dadurch natürlich schlechtert. Das ist so ein kostenlos für alle Decks spielbares Sac-Outlet. Nicht kostenlos, aber kostengünstiges Sac-Outlet. Es gibt, was auch spielbar ist. Also so ein Pazifismus und ihr opfert die Kreatur da weg, ist nicht so der geile Trait für den Gegner. Und wenn es wieder irgendwelche Threaten-Effekte gibt, dann wird die Karte natürlich gleich mehr oder weniger eine Combo-Karte, wenn ihr vom Gegenüber was stehlen könnt, damit angreift und dann euer Fahrzeug wächst. Und was interessant ist, finde ich, dass es Plus-Eins-Plus-Eins-Marken gibt. Das heißt, es bleibt dauerhaft groß. Und so könnt ihr vielleicht auch immer, selbst wenn ihr nur immer auf Removal reagiert von eurem Gegner und das Artefakt gar keine Kreatur ist. Es muss nämlich keine, also nicht bemannt sein, um diese Fähigkeit zu aktivieren. Ich bin gespannt. Also ich glaube, je mehr wir darüber reden, desto mehr glaube ich, dass die Karte tatsächlich ganz gut sein kann im Limited. Wir reden sonst schön, wir sind allerdings auch gespannt. Aber eine Karte, die auf jeden Fall gut ist im Limited, ist unsere zweite Vorschau-Karte. Das ist die Seelenführerin. Ein Mensch-Klerik. Kleriker auch wichtig natürlich, weil der Arctype da auch relevant ist. Immer wenn eine andere Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erhältst du einen Lebenspunkt dazu und eine Energiemarke. Da ist sie wieder, die Energie. Immer wenn du angreifst, kannst du drei Energie bezahlen. Wenn du dies tust, lege zwei plus eins plus eins Marken und eine Fliegendmarke auf eine angreifende Kreatur deiner Wahl. Sie wird zusätzlich zu einem anderen Typen und zu einem Engel. Das Ganze kostet ein weißes Mana und ist eins, zwei. Ich würde mal sagen, holler die Waldfee. Das ist nämlich mal streng bepreist. Ja, und wir dürfen eine neue Soul Sister Preview. Und ich meine, Ormi, das ist ja besser, kann es nicht sein. Ich finde die Karte unglaublich stark. In einem White Weenie Deck oder vielleicht sogar in einem Humans Deck. Humans ist ja relativ weggefallen mit diesen ganzen Free Elementals. Aber wenn ihr aus allem, was bei euch auf dem Board rumliegt, Engel bauen könnt. Und drei Energie finde ich gar nicht viel, ehrlich gesagt. Das hat man selbst ohne Support relativ easy, oder? Ja, ich glaube auch. Also wenn wir mal anfangen beim Limited, da ist die Karte gerade on Curve super brutal. Also wenn die Turn 1 legt, dann ist, wenn es gut läuft, wahrscheinlich Turn 2. Da gibt es ja immer so ein paar Energy Payoffs. Die drei Energy am Start. Und dann, auch wenn wir darüber hinaus schauen, geht es schnell die Energy an. Wir brauchen bloß mal schauen. Es gibt ja schon Temo Energy Decks. Die waren sogar mal, was war das dann? Das hat ein Modern Playable. Es gibt einen Zweidrop, den Mana Dog, der zwei Energy mitbringt. Es gibt das Land Äther Hub, was zum Beispiel ein Energy mitbringt. Das heißt, ihr könnt Turn 2 im Constructed problemlos diese drei Energy zusammen haben und angreifen. Und dann habt ihr schon mal den Typen zum 3-4-Flieger gemacht. Das ist schon nicht schlecht für Turn 2. Finde ich auch. Und im Constructed hat es den Vorteil, es ist eine 1-2. Das ist auch ein wichtiges Deadline. Vor allem jetzt in dem Orcish Bowmaster Meta ist es super gut, dass es eine 1-2 ist. Und was ich zusätzlich gut finde, ihr könnt ein Deck darum herum bauen. Das heißt, ein Token Deck, so wie Boros Convoke im Standard und das als euer Payoff haben. Ihr könnt die Karte aber einfach als zusätzliche Sideboard-Option in Energy Decks bringen und so einen zusätzlichen Angriff haben. Oder ihr habt ein Life-Gain Deck, wo das eine zusätzliche Soul Sisters ist. Denn Soul Sisters war auch lange Jahre spielbar. Und habt dann noch ein Payoff, das euch zusätzlich einen anderen Angle gibt. Da Energy bisher ja nicht irgendwie euch weggenommen werden kann, finde ich die unglaublich interessant. Und ich denke, solange die im Format legal ist, wird die auch weiterhin so ein Bruin erlauben. Ja, wichtig übrigens, die Seelenführerin muss nicht selbst angreifen. Es kann jede Kreatur angreifen und ihr könnt trotzdem die Energy verteilen. Also auch sehr wenig Conditions, die da erfüllt werden müssen. Wird mich schwer wundern, wenn die Karte nicht dann doch auch hier und da auftaucht. Richtig schöne Karte in Clerica. Wie gesagt, das ist ja auch die Basis für die meisten schwarz-weißen Life-Gain-Cleric Decks. Also da finden sich eine Menge Ansätze, wo man die Karte mal ausprobieren kann. Und unsere nächste Karte, die dritte Karte, die wir previewen dürfen, ist die direkte Antwort auf die neue Soul Sister. Wahrscheinlich, ja. Und zwar dürfen wir euch vorstellen, jetzt zum ersten Mal in Modern, eine Karte, die eigentlich aus dem Commander-Produkt kommt. Und zwar die Toxic Deluge, die toxische Sintflut. Eine meiner Lieblingskarten, der wahrscheinlich effizienteste Sweeper, den es gibt. Und in schwarz drei Mana, falls ihr ihn nicht kennt, zwei Colorless und ein schwarzes für eine Sorcery. Ihr bezahlt Lebenspunkte, und zwar x Lebenspunkte als zusätzliche Kosten. Und kriegt damit alle Kreaturen kriegen, damit minus x, minus x bis zum Ende des Zuges. Und das ist eine Karte, die ist im Legacy gespielt. Die wird auch immer wieder gespielt. Und ich glaube, genauso wie im Legacy, findet ihr in Modern direkt eine Heimat. Ormi, kannst du dir vorstellen, was ich meine? Ich gehe davon aus, es hängt mit der Interaktion zusammen, dass ein Deathshadow nie stirbt, wenn ihr Leben reinbezahlt in Toxic Deluge. Weil einfach so viel Bier bezahlt, so viel größer wird. Er shrinkt, aber er stirbt nie. Ja, und gerade in Modern ist es ja so, selbst wenn ich jetzt nicht ein Deck baue wie Shadow, das direkt von diesem Lifeloss irgendwie profitiert, dann ist Modern doch sehr, sehr schnell. Und ich kann bisher in schwarz erst ab Zug vier vernünftig interagieren. Und gerade wenn ich on the draw bin, ist das oft zu spät. Das kenne ich selber noch aus meinen Rock-Zeiten, wo man immer einen Zug zu spät war mit der Damnation. Und dieses eine Mana weniger, das bedeutet wirklich die Welt. Ich bin gespannt. Es gibt ja auch einen Demi-Control-Deck, das gerade Damnation spielt. Es gibt noch dieses Mono-Schwarze-Koffers-Control-Deck, das quasi Karn spielt und viel Mana macht. Das könnte auch statt der Damnation die Toxic Deluge spielen. Und, was wir herausgefunden haben, wenn ihr die Damnation in den Sideboards durch eine Toxic Deluge ersetzt, dann könnt ihr auch vielleicht Giganta als Companion spielen. Denn gerade dieses Koffers-Control, das hat nur die Damnation, die euch das Giganta quasi verwehrt. Finde ich super spannend. Und ich glaube, Toxic Deluge wird gerade am Anfang jede Menge Play sehen. Und selbst wenn es jetzt nicht direkt überall auftaucht, ist es eine Option, die man immer hat. Wenn mal ein Indestructible Thread auftaucht. Wir wissen ja noch nicht, was alles noch auftaucht in Modern Horizons 3. Jeder Indestructible Thread ist halt damit auch gut handelbar. Vielleicht kostet es ein bisschen Leben, aber es ist zumindest handelbar für drei Mana. Und das ist, glaube ich, schon was, was man in der Hinterhand immer gut gebrauchen kann. Genau. Also zur Not rüstet es auch Eldrasis ab. Kein Problem. Es tut nur echt weh. Das tut richtig weh, ja. In einem Format, wo Fetch-Länder legal sind und Schock-Länder, könnte das vielleicht zu sehr weh tun. Aber schauen wir mal. Also gerade Shadow, kann ich mir gut vorstellen, dass die das gar nicht so schlecht gebrauchen können. Und dann, ihr wisst, wie es bei Apple läuft. One more thing. Und auch wir haben noch one more thing. Denn diese Karte gibt es nicht nur im New-to-Modern-Slot mit dem Editionssymbol drin. Nein, es gibt auch ein Retro-Frame-Print. Zum ersten Mal könnt ihr also Toxic Deluge im Retro-Frame haben. Natürlich dann auch als Voll. Und das wird natürlich viele Legacy-Spieler aufrollen, die das vielleicht noch in irgendwelchen Sideboards haben. Oder Cube-Affizionados, die natürlich oft einen Toxic Deluge im Cube haben. Und die können das jetzt ersetzen durch einen Voll-Retro-Frame. Ich habe Bock. Das werde ich auch machen. Das werde ich auf jeden Fall machen. Und alle alten Deluges raus. Und die neuen Retro-Frame in Foil rein. Ich freue mich riesig mit diesem Treatment. Da kriegen sie ja mich und dich ja auch, Christian. Jedes Mal wieder. Sie müssen es nur im alten Rahmen drucken. Und dann sind wir dabei. Deswegen, ich freue mich auf die anderen Karten, die in diesem neuen alten Rahmen kommen. Und jetzt seid ihr dran. Welche unserer Preview-Karten gefällt euch am besten? Was haben wir an Interaktionen übersehen? Sagt uns unbedingt in den Kommentaren. Danke nochmal an Wurzels of the Coast. Und wir sehen uns bald mit einem neuen Video. Bis bald. Ciao. Ciao. Macht's gut.